Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play zu Minecraft auf dem Server von SwissGM von CrazyJunge1. Er hat mir eine eigene Welt bereit gemacht zum Let's Playen. Und das ist auch die erbige Welt, wie ihr vielleicht im Ankündigungsvideo vom Server schon gesehen habt. Hier bauen wir in diesem Let's Play Dörfer, Burgen, Dungeons, alles mögliche. Und ihr dürft live dabei sein. Wenn ihr wollt, schaut den Server und kommt zu mir. Und ja, bin mal gespannt, was ihr so bauen werdet. Hier ist ein Creeper explodiert. Aha. So, wir bauen einen Weg, der zum ersten Dorf führt. Damit wir das Wald bauen können. Und dann machen wir das durch. Ja, ich habe schon mal vorgeformt. Also müssen wir nur noch das Dorf bauen. So. So, machen wir das gleich. Hoffentlich. Hallo. Gut. Wir sind durch den Berg. Wir haben es geschafft. So. Also der Weg bauen wir. Und dann das Dorf. Das erste Dorf von mir. Wow. Und das in einem Let's Play. Cool. Was schon mal ein. Fertlich. Fast werde voll gut durch. Ja, nein. So. Leute, das ist ein Flugball, ein großer Bounder. Die bauen jetzt nicht ganz ab. So. So. Mal schauen. Also können wir hier anfangen zu bauen. Mal schauen. Ja, ist relativ gut. Ich möchte gerne ein Dorf haben, das ein bisschen auf dem Hügel ist. Darum ist das gut hier. So. Dann bauen wir hier eine Holzfäderhütte. Als Vordorf. Das mache ich nachher im kreativen Modum. Und das alles abbauen. So. Hallo Schaf. Hallo. Gut, also gehen wir zurück. Und bauen wir uns eine Holzfäderhütte. So. Hier wird das Zeugchen wieder hin. Ich dachte, ich brauche mehr Gravel. So. Jetzt brächten wir noch. Ein bisschen Sand. So. So. Gut. So. 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 sollte, oder darf, möchte, gerne, hier oben, hier, das ist doch schön. Die machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist falsch. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss noch. 1, 3, 4, 5. Und dann kann das hier sein. So, gut, dann hier noch, so, eins, zwei, drei, gut, und hier auch, und hier. So, dann machen wir hier einen Eingang, eine Tür hin, ja, jetzt habe ich mehrere Türen gedacht. Kein Problem. Okay. Oh je, wie bauen wir das am besten? Machen wir doch zu. Ja, nur die Seiten, hier. Die lassen wir offen. Hier bauen wir das Holzzeug ab. So, da bauen. So, nochmal da. Wir bauen, wir wollen keine Monster momentan. So, hätten wir das auch. Jetzt ein bisschen Erde abbauen. So. Jetzt machen wir so einen Fording für die Hütte zum Schreinen und so. Oder wir machen eine Überdachung fürs Holz. Ja, wäre besser vielleicht. Weil ich will eine Schreinere nebentran machen. Genau. Ja, dann brauche ich dir das nicht. So. Dann machen wir das zwei. Und dann so ein bisschen alleine. Gut. Das sieht nicht so gut aus. So. Sehr gut. Jetzt haben wir hier eine Lage. Jetzt fehlt natürlich noch eine Kiste mit Extentate. Aber das kann warten. Aber das kann warten. Ja. So. Ähm. Was bauen wir noch? auch. Den Boden. Und die Decke natürlich. Oh. So. 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 In der nächsten Folge machen wir das Dach. So. 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 So.